Aufgrund der zunehmenden LKW-Fahrverbote in der Stadt haben wir uns dazu entschlossen, mit Lastenrädern in mehreren Großstädten zu starten. In München läuft das bereits seit einem Jahr und jetzt haben wir in Hannover damit begonnen. Das Lastenrad kam für uns in Frage, weil sich die Kosten im Gegensatz zum LKW halbieren würden. Die Nachlieferungen unserer Kunden haben zugenommen und die Kleinstaufträge wollten wir mit Lastenrädern zunehmend ausliefern. Der Nüville E-Trailer ist flexibel einsetzbar und wir können jeden Kunden damit beliefern. Die Zusammenarbeit läuft hervorragend. Man hat immer einen Ansprechpartner und um die Probleme wird sich sofort gekümmert. Die Terminabsprachen sind sehr flexibel und werden immer eingehalten. Wir hoffen, dass wir in Zukunft weiter mit Nüville arbeiten können und auch noch mehrere Großstädte beliefern können.